Kim Virginia, bittere Konsequenzen. Eklat bei Prominent Getrennt. Geht Kim Virginia mit ihrem Verhalten zu weit? Seit sie bei Prominent Getrennt zu sehen ist, häuft sich die Kritik der Zuschauer. Mit ihrem Verhalten könnte sie ihrer Karriere langfristig gesehen sehr schaden. Im Trash-TV fühlt Kim Virginia, 28, sich pudelwohl. Obwohl die selbsternannte Queen der festen Überzeugung ist, jedes Format zu bereichern, sind die Zuschauer in letzter Zeit leider anderer Meinung. Schon seit dem Dschungelcamp sind viele Fans nicht mehr sonderlich gut auf sie zu sprechen. Immer wieder wird Kim vorgeworfen, alle möglichen Grenzen zu überschreiten und dadurch für unangenehme Stimmung zu sorgen. Schadet ihr Verhalten vielleicht langsam sogar ihrer Karriere? Die Zuschauer haben genug von Kim Virginia. Aktuell ist Kim mit ihrem Ex-Freund bei Prominent Getrennt zu sehen. Leider häufen sich im Netz bereits die kritischen Kommentare der empörten TV-Zuschauer. Kim macht einem jedes Format kaputt. Die raubt einem die letzte Energie. Ich empfinde ihr Auftreten als maximal unangenehm und unangebracht. Und in Bezug auf Sandra auch übergriffig. Sie beißt sich fest wie ein Bitbull. Und obwohl Sandra mehrfach signalisiert, dass es reicht, macht sie weiter. Bald hat sie ja zum Glück alle Formate durch, dann muss man die schlechte Schauspielerin mit ihrem peinlichen Denglisch nicht mehr ertragen. Sie ist so unangenehm. Wie weit soll diese grandiose Karriere noch gehen und wann wird sie enden? Ich kann mir so ein Gehabe echt nicht geben. Autsch. Zwar lässt Kim Virginia sich von der Kritik bisher nicht beirren, doch langsam muss sie vielleicht einsehen, dass sie sich mit ihrer Art keine Freunde machen wird. Und früher oder später könnte auch ihre Karriere darunter leiden. Und dann heißt es, bye, bye Trash TV.